Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute soll es um den sogenannten Moody Brown Look in Lightroom gehen. Ich habe diesen Look schon sehr, sehr oft jetzt auf Instagram gesehen und ich dachte mir, ich muss das einfach auch mal selber ausprobieren und möchte euch jetzt natürlich auch daran teilhaben lassen, wie man diesen Look bauen kann. Und so sieht das Ganze vorher aus, so sieht es danach aus. Du kannst dich also darauf freuen, diesen Look jetzt mit mir zusammen zu erstellen und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Ich habe hier ein Foto geöffnet, was ich von einer Freundin geschossen habe. Ist schon ein, zwei Jahre her, dass wir das gemacht haben. Wir haben da auch mehrere Bilder geschossen. Ich werde jetzt anhand dieses Bildes diesen Look mal erstellen und dann können wir den auch übertragen auf die anderen Bilder und du wirst sehen, dass der echt gut funktioniert. Man muss immer nur so ein paar Kleinigkeiten anpassen. Ganz kurzer Disclaimer noch am Anfang. Natürlich ist jedes Foto irgendwie anders. Das bedeutet, du kannst jetzt wahrscheinlich nicht diese Regler zu 100% genauso einstellen wie ich und wirst genau das gleiche Ergebnis bekommen. Jedes Bild ist anders belichtet, jedes Bild hat einen anderen Kontrast und andere Farbwerte. Und dementsprechend musst du natürlich, wenn du diesen Look jetzt selber für dich erstellst, so ein bisschen darauf gucken, wie ist dein Bild aufgebaut und wie ist die Farbigkeit des Bildes und dementsprechend musst du die Regler ein bisschen anpassen. Das nur soweit vorneweg. Jetzt lass uns direkt starten mit dem Foto. Und ich würde sagen, los geht's hier. Ich bin am Anfang hier in der Grundeinstellungspalette drin und das Erste, was ich machen möchte, ich finde es von der Belichtung her okay, es ist hier hinten ein bisschen überbelichtet, das sieht man hier auch im Histogramm, aber damit bin ich voll einverstanden. Was ich machen möchte, ich möchte auf jeden Fall hier den Kontrast ein bisschen erhöhen und in letzter Zeit habe ich mir so angewöhnt, diese Regler hier immer so auf Fünfer-Schritte einzustellen. Bedeutet, da steht jetzt bei mir eigentlich nie plus 18 oder plus 19, sondern eigentlich immer plus 20, plus 25 oder plus 15. Nur so viel vorneweg. Also ich mache das hier immer ganz gerne so in Fünfer-Schritten. Das ist aber eine Sache, die kann jeder für sich selber entscheiden. Die Lichter hier werde ich mal ein bisschen runterstellen. Ich denke mal hier so minus 50 ungefähr ist ein ganz guter Wert. und dann werde ich die Tiefen noch ein bisschen aufhellen, also plus 20 und die Weißwerte werde ich auch wieder so ein bisschen runtersetzen. Minus 30 und die Schwarzwerte bringe ich auch so ein bisschen nach oben auf plus 15. So, das sind jetzt hier erstmal so die Grundeinstellungen, die ich gemacht habe. Ich werde dann auf jeden Fall hier auch noch ein bisschen Klarheit mit reinbringen. Dieser Look ist so ein bisschen edgy, obwohl ich jetzt hier eine Frau fotografiert habe, wo ich ja eigentlich sonst immer sage, gerade wenn man Frauen fotografiert, sollte man mit dem Klarheit-Regler sehr, sehr vorsichtig sein. Aber in dem Fall finde ich, dass hier so ein bisschen Klarheit gar nicht schadet. So, dann noch so ein bisschen Dunst entfernen, einfach auch noch um ein bisschen mehr Kontrast aufzubauen. Ein bisschen Farbigkeit kommt dadurch auch noch in das Foto. Die Dynamik hier möchte ich auf jeden Fall noch weiter nach oben bringen. Das wirst du dann später sehen. Warum? Also hier plus 60. Wir haben jetzt hier erstmal sehr, sehr krasse Farben drin, gerade hier im Vordergrund das Grün, aber das werden wir jetzt hier gleich noch ändern. Die Sättigung dafür werde ich so ein bisschen runtersetzen auf ungefähr minus 20. So, und jetzt haben wir hier mal die Grundeinstellungspalette mal durchgegangen und als nächstes gehe ich mal ganz nach unten in die Kalibrierung rein, denn in der Kalibrierung kommt das nächste, was jetzt schon mal so ein bisschen Richtung diesem Farblook geht. Und da werde ich jetzt hier den Farbton Rot auf plus 10 stellen, die Sättigung so ein bisschen nach unten, ungefähr minus 10. In den Grünwerten werde ich das genauso machen, auch hier wieder den Farbton auf plus 10 und die Sättigung auf minus 10. Und bei den Blauwerten, da stelle ich den Farbton mal auf minus 10, dafür die Sättigung so ein kleines bisschen nach oben, also plus 5 ungefähr. Ja, du siehst jetzt hier so ein ganz bisschen was ist passiert, aber noch nicht viel. Aber das würde uns am Ende helfen, wenn wir diese ganze Farbigkeit noch mit in das Bild bekommen. So, dann gehe ich als nächstes in die Gradationskurve rein und hier werde ich die Weißwerte mal so ein bisschen runtersetzen. Die Schwarzwerte werde ich mal noch so ein bisschen auch runtersetzen. Das bedeutet, die Schwarzwerte werden hier noch ein bisschen dunkler, die Weißwerte werden ein bisschen dunkler. Und hier so in den Mitteltönen, da können wir das Ganze wieder so auf die eigentliche Linie setzen, damit es hier nicht zu dunkel wird, das Bild. Aber wir haben jetzt hier noch ein bisschen mehr Kontrast gerade in den Tiefen aufgebaut, in den Schwarzwerten und die Weißwerte noch so ein bisschen weiter runtergesetzt. So, und dann kommen wir zum Eigentlichen, die HSL-Tabelle. Hier können wir den Farbton, die Sättigung und die Luminanz, also die Helligkeitswerte einstellen, sowohl von Rot, Orange, Gelb, Grün, Aquamarin, Blau, Lida und Magenta. Das bedeutet, wir haben hier insgesamt acht Farbkanäle, die wir bearbeiten können. Und um diesen Look zu erstellen, wollen wir sowohl die Farbwerte an sich ein bisschen ändern, wir wollen die Sättigung ändern und auch so ein bisschen die Helligkeiten. Und ich zeige dir jetzt einfach mal, wie ich das Ganze gemacht habe. Ich habe jetzt hier also mal den Rotton auf plus 10 gestellt. Ja, also ich verschiebe hier quasi den Rotton so ein bisschen mehr Richtung Orange. Wenn ich das Ganze so ein bisschen weiter nach rechts schiebe, dann verschiebe ich das immer auf die nächste Farbe, die weiter unten ist. Und wenn ich das Ganze weiter nach links schiebe, dann verschiebe ich das Ganze weiter Richtung die Farbe, die weiter oben steht. Ja, du kannst dir das so vorstellen als Farbkreis. Und Rot ist neben Orange, Gelb ist neben Orange. Und das Grün zum Beispiel ist dann wieder neben dem Gelb. Ja, so kann man sich das vorstellen. Wenn du jetzt hier den Rotton komplett nach links schiebst, dann würdest du wieder bei Magenta landen. Du siehst es jetzt auch hier, ich kann jetzt den Magenta tun, wenn ich den nach rechts schiebe, dann wird das auch wieder rötlich. Ja, also nur so mal zum Verständnis, damit du weißt, wie das Ganze hier eigentlich funktioniert. Den Farbton von Orange ein bisschen nach unten gestellt. Das Gelb, das stelle ich mal sehr weit nach unten, weil da soll das Gelb schon eher Richtung Orange gehen. Deswegen hier stelle ich das Ganze mal auf 75, minus 75. Und die Grünwerte, die packe ich mal auch komplett auf minus 100. Und jetzt siehst du schon hier, jetzt geht das hier alles schon so ein bisschen mehr Richtung Braun. Also unsere Grünwerte werden jetzt hier so ein bisschen Richtung Gelb geschoben. Hat so ein bisschen herbstlichen Look. Aber wir wollen ja auch probieren, gerade in diesem braunen Look, alles im Bild so ein bisschen auf wenige Farben zu reduzieren. Und in dem Fall ist es halt dieses Braun. Dementsprechend wird jetzt auch das Grün hier eher gelb-bräunlich. So, und dann haben wir noch die Aquamarintöne. Die stelle ich mal hier so auf minus 45 ungefähr. So, gerade wenn wir einen Himmel noch im Hintergrund haben. Hier in dem Fall ist es jetzt gar nicht so entscheidend, weil wir gar nicht so viele Blautöne hier drin haben, außer hier so ein bisschen in ihrem Oberteil. Aber ansonsten haben wir hier nicht viele Blautöne. Aber ich zeige dir gleich noch ein Beispiel, wo wir tatsächlich ein bisschen mehr Himmel mit drin haben. Und dann ist es auch ganz schön, wenn wir hier die Blauwerte noch so ein bisschen bearbeiten. Das Blau an sich geht auch so ein bisschen mehr Richtung Aquamarine. Hier minus 40. Und die anderen Meinwerte, die kann ich hier so lassen auf 0. Dann geht es in die Sättigung. In der Sättigung, da werde ich eigentlich fast alles eher so ein bisschen ins Negative ziehen. Also die Rottöne hier auf minus 30. Die Orangetöne hier auf minus 20. Wir wollen hier natürlich auch so ein bisschen einen entsättigten Look haben. Also falls du dich gerade fragst, warum ich jetzt Rot und Orange eigentlich runterziehe, wenn wir so einen braunen Look haben wollen. Auch diese Werte möchte ich so ein bisschen entsättigen, um dem Bild so ein bisschen mehr diesen Moody-Look zu geben. So, und die Gelbwerte, die werde ich mal richtig entsättigen. Die gehen wir auf minus 90. Das sieht gut aus. Dann die Grünwerte, die stelle ich auch relativ weit runter, so minus 75 ungefähr. Ja, Aquamarine kommt auch relativ weit runter, minus 85. Die Blauwerte kommen relativ weit runter, minus 80. Und Lila und Magenta, die ziehen wir mal komplett runter, weil die brauchen wir gar nicht in unserem Bild. Jetzt sieht es erstmal sehr, sehr krass entsättigt aus. Aber keine Sorge, da kommen wir gleich dazu, wenn das Ganze wieder ein bisschen mehr Lebendigkeit bekommt. Das fängt schon an, wenn wir jetzt hier mit der Luminanz noch arbeiten, also mit den Helligkeitswerten. Denn wenn ich jetzt hier die Luminanz wieder so ein bisschen runter stelle, das heißt, ich werde diese ganzen Farbkanäle so ein bisschen abdunkeln, dann kriegen wir hier schon wieder so ein bisschen automatisch auch mehr Sättigung in das Bild mit rein. Also Rot minus 35, Orange minus 15, dann die Gelbwerte minus 25 ungefähr. Die Grünwerte, die packe ich mal auf minus 55. Und du siehst jetzt hier auch schon gerade im Vordergrund, dunkeln wir hier so ein bisschen die Pflanze noch so ein bisschen ab. Ja, und dann auch die Aquamarintöne minus 55, das ist gut. Und die Blauwerte packe ich mal auf minus 40. Und die anderen beiden kann ich eigentlich so lassen. So, jetzt haben wir schon wieder so ein bisschen mehr Farbigkeit drin. Und jetzt geht es in die Teiltonung. Und in der Teiltonung, da bringen wir jetzt eigentlich so den finalen Touch noch mit rein. Und ich kann jetzt hier sowohl meine Lichter einfärmen, als auch meine Schatten einfärmen. Das bedeutet, die hellen Bildbereiche und die dunklen Bildbereiche kann ich einfärmen. Wenn ich jetzt die Optionstaste, beziehungsweise die Alt-Taste am Windows-Rechner drücke, dann sehe ich jetzt hier erstmal die Vorschau mit 100% Sättigung. Den Sättigungsregler haben wir hier drunter, der steht erstmal auf 0. Wenn ich jetzt hier aber die Alt-Taste dabei drücke, dann siehst du das Ganze erstmal so vorschaumäßig mit 100% Sättigung. Und ich werde jetzt hier mal einen Farbton auswählen. Ja, so ungefähr 35. Das ist hier so ein schöner Farbton. Ja, jetzt bin ich aber 32 gelandet. 35, so. Und jetzt werde ich einfach selber noch die Sättigung wieder ein bisschen hochdrehen. Ich denke mal hier so auf 5%. Und genau das Gleiche mache ich jetzt in den Schatten. Drücke auch wieder die Alt-Taste dabei. Und hier nehme ich mal einen Farbton, ja, so ungefähr 50. Also so ein kleines bisschen mehr Richtung Gelb. Und jetzt werde ich hier auch die Sättigung hochdrehen auf ungefähr 7. So, das sieht auch schon richtig gut aus. Jetzt werde ich auf jeden Fall hier noch eine kleine Vignette mit einbauen. Ja, so minus 15 ungefähr. Und das ist doch schon mal ein richtig cooler Look, den wir jetzt hier haben. Ich mache jetzt mal ein kurzes Vorher-Nachher. Vorher-Nachher. Wir haben jetzt alles so ein bisschen reduziert auf wenige Farben und haben jetzt hier einen richtig schönen goldbraunen Look erstellt. Und ich möchte dir jetzt einfach mal zeigen, wie das Ganze wirkt auf anderen Bildern. Das heißt, ich werde jetzt hier mal Command-C drücken oder Steuerung-C auf Windows. Dann kann ich mir jetzt hier die ganzen Einstellungen kopieren und zum Beispiel mal auf dieses Bild hier anwenden mit Command-V. Und jetzt siehst du hier, zack, mit einem Klick haben wir hier echt ein schönes Ergebnis bekommen. Natürlich müsste ich das jetzt hier noch so ein bisschen anpassen. Ja, also die Schwarzwerte hier sind sehr, sehr dunkel. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel die Tiefen mal noch so ein bisschen aufhellen in dem Bild. Da kann man jetzt in jedem Bild noch so ein kleines bisschen anpassen, das Ganze. Aber im Endeffekt geht das hier wirklich richtig fix. Auch dieses Bild, Command-V, einfach mal den Look rüber kopiert und du siehst, wie geil das aussieht. Also das sieht wirklich richtig gut aus. Auch hier kann man jetzt wieder kleine Anpassungen machen. Nächstes Bild. Auch hier funktioniert das echt gut. Ja, hier das Gras, schön abgedunkelt. Aber wir haben alles wirklich auf wenige Farben reduziert und dadurch wirkt das Bild gleich viel besser. Auch hier wieder. Hier haben wir zum Beispiel viel Himmel drin. Deswegen habe ich jetzt hier auch tatsächlich die Blautöne noch so ein bisschen bearbeitet. Das heißt, wenn du jetzt hier Bilder hast, wo viel Himmel drin ist, dann kann man hier auch schön den Himmel mit bearbeiten. Hat jetzt so ein bisschen was auch von Orange & Teal in dem Fall. Ja, ich zeige dir mal noch ein letztes Bild. Auch hier kann man diesen Farbton bzw. diesen Look echt toll wieder anwenden. Du siehst, es funktioniert echt gut. Man muss es natürlich von Bild zu Bild ein bisschen unterschiedlich bearbeiten. Aber so der Grundgedanke, ich hoffe, den hast du verstanden. Und du kannst es ja einfach mal probieren, auf deinen Bildern so ähnlich anzuwenden. Das hat jetzt bei mir hier relativ gut funktioniert. Und falls du Lightroom noch intensiver lernen möchtest, dann habe ich für dich auch hier einen richtig schönen Grundlagenkurs. Du kannst Lightroom von A bis Z lernen. Da würde ich dir einfach mal empfehlen, auf meinem Online-Store vorbeizuschauen und dir dieses Videotraining zu kaufen, falls du daran Interesse hast. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben gehen. Falls du Fragen hast oder Anmerkungen, dann einfach unten in die Kommentare damit. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Kanal abonnierst für weitere Videos. Denn ich probiere jede Woche zwei Videos zu machen. Manchmal nur ein Video die Woche, je nachdem, wie ich es zeitlich schaffe. Aber das Ziel soll es sein, eigentlich ein bis zwei Videos die Woche zu machen. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, kannst du das auch gerne tun. Stefan Schäfer 90 heiße ich. Dort poste ich auch immer die aktuellen Fotos, die ich so mache. Ich war letztens auf den Ferrier Inseln und da kommen jetzt noch viele, viele Bilder dazu. Also da kannst du auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bild bearbeiten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017